Was geht ab, Freunde? Schön, dass ihr wieder da seid. Willkommen zurück hier auf dem Kanal mit mir, eure Whitey. Freunde, heute gibt es noch was ganz anderes und zwar spielen wir heute Skylanders, aber auf Roblox, ihr habt richtig gehört, Freunde, auf Roblox gibt es das ein oder andere Skylanderspiel, was von irgendeinem entwickelt wurde. Und wir schauen uns die ganzen Dinger heute mal an. Ich bin sehr gespannt, Freunde, was sie drauf haben. Ihr lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, schreibt eure Meinung dazu in die Kommentare. Und dann würde ich sagen, Freunde, ne, gehen wir auch schon rein. Let's go. So, da sind wir auch schon, Freunde. Das Ganze heißt Skylanders. Imaginators, glaube ich. I don't know. Okay, hier haben wir ein Poster, das Charakter-Poster von Swap Force. Okay, Sprinten können wir mal anmachen. Okay, was haben wir hier? Hier haben wir ein Riesenrad, hier haben wir Chaos, da steht Willkommen. Wir haben hier schon einige Klamotten. Okay, fliegen können wir auch. Super Punch. Okay. Super Punch können wir auch machen. Was ist das? Pistole? Echt jetzt? Und wie kann ich schießen? I don't know. Keine Ahnung. Ich weiß, mit 6. Bombe. Okay. So, wir schauen mal hier nach. Was ist das hier? Ach so. Stealth. Kann ich auch Stealth? Hallo? Hallo? Ich möchte Stealth-Elf nehmen. Hallo? Hallo, Stealth-Elf. Please. Oh Gott, die Bombe. Wie kann ich das denn? Okay. Okay. Bodenlos. Bodenlos. So, okay. Gibt es hier auch Boomer? Weil ohne Boomer spiele ich das Spiel. Es gibt hier keinen Boomer. Wie schlecht ist das denn bitte? Okay, pass mal auf. Wir nehmen Spitfire. Der leuchtet hier so schön. Okay, alles klar. Ähm, gut. Trainings-Dummy. Ich habe da keine Ahnung. Da vorne ist ein Coca-Cola-Kühlschrank. Ey, habt ihr eine Zero für mich? Ja, auch Zero. Oh, Spreit. Diet Coke. Cherry Coke. Bloxiate. Dasani. Was ist Bloxiate? So, welcome. Wir gehen ja vorne rein. Mal gucken, ob irgendwas passiert. Oh. Oh, okay. Wir haben hier echt ein Level. Hier ist der Imaginator, ne? Ja, let's go. Da haben wir einen Dummy. The creator of this game will be like to thank you, man. Ja, ja, gerne, gerne. Warte mal, ich nehme mal das Devil Sh- Halt. Was ist jetzt passiert? Wo bin ich denn jetzt? Jetzt bin ich wieder zurück. Toxic Bot. Welcome to Skylands. You love it here. Okay. Ach, der Bretenwürstchen am Lagerfeuer. Ja, ist ja schön, dass ich's hier mag. Und jetzt? Ach, ich krieg unten irgendwie Leben. Seht ihr? Jetzt verliere ich gerade Leben. Jetzt hab ich den angegriffen. Ich greife den jetzt einfach die ganze Zeit an, oder? Ja, ja, komm. Ich mach den mal kaputt hier, würde ich sagen. Ja, komm. Ach, da ist schon der Zweite, den ich jetzt hier platt mache. Aber ich bin, ich bin komplett stuckt. Ich bin hier komplett stuckt. Ja. Oh, ich bin wieder raus. Perfekt. Oh, ich bin wieder... Ach so, der setzt sich... Ach so, okay. Der hat sich auf den Baumstamm gesetzt. Okay, was können wir... Was... Okay, hier ist ne Bar. Okay, der setzt sich sofort hier auf die Stühle. Also überall, wo man sich hinsetzen kann, macht der sofort ne Pause hier. Spitfire. Ist jetzt nicht so der coolste Skylander? Hab ihn noch nie gemocht, Spitfire. Ja, sorry, ob ich nicht werde. So, warte mal. Aber dich kann ich doch auch angreifen, oder nicht? Anscheinend nicht. Okay, den kann ich nicht angreifen. Kann ich hier hoch? Warte mal. Ich kann aber... Warte mal. Ich kann aber fliegen, ne? Genau. Guck mal, guck mal, guck mal, guck mal, guck mal, guck mal, guck mal. Aha. Aha. Guck mal, da hinten ist auch einer. Kimi mir wird schon wieder nachgejoint hier, oder was? Kann sein, dass die Kimi... Ja, klar, die Kimi ist mir schon wieder nachgejoint. Hey, so ein Ding ist das. Okay. Äh... Hier ist Bowser's Schiff. Hier ist Bowser's Schiff. Jetzt damit zu tun. Okay, was haben wir hier vorne noch für ein Level? Ich hab keine Ahnung. Da, guck mal hier unten. Warte mal. Wir gucken mal hier, was hier passiert. Jetzt bin ich... Achso, dann spawne ich wieder zurück im Headquarter, glaube ich. Okay. Wo sind wir jetzt hier noch? Was ist das? Kann ich das aufheben? Nö. Für mich nicht. Hey. Oh, guck mal hier. Achso, warte. Ach, das ist ein Raumschiff. So. Ich glaube, der Mann hat das jetzt hier nicht weiter verfolgt, würde ich sagen. Ich glaube, viel mehr... Ich glaube, viel mehr können wir jetzt hier auch Tatsache nicht machen, oder? Warte, was ist das? Ach, da oben ist auch noch ein... So, als nächstes sind wir in einer Skylanders-Obby. Und das Ganze sieht auf jeden Fall schon besser aus. Sag ich euch wirklich mir das. Das Ganze sieht schon nice aus. Ich habe das gemacht, weil ich... Oh, sogar ein Deutscher. Ich habe das... Oder vielleicht übersetzt. Ich habe das gemacht, weil ich möchte, dass sich die Leute an Skylanders erinnern. Bruder, da bin ich doch gerne dabei. Hallo, Kimi. Schön, dass du da bist. Guck mal, hier haben wir Yugo, hier haben wir das Schaf. Okay. Okay. Yugo hat ja Angst vor Schafen, deswegen guckt er auch so. Okay, das sieht auf jeden Fall schon mal nice aus. Hier haben wir Sunburn, Whirlwind, Ghost Monster und Sonic Boom da hinten. Das sieht gar nicht so schlecht aus. Komm, wir schauen uns das ganze Level mal an. Okay, ich glaube... Okay, wir können Double Jumps machen, kein Problem. Ich denke mal, die Steine, die Platten werden bestimmt nicht berühr... Nicht berührbar... Ach so, das ist ein Checkpoint. Ach so, okay. Ja, dann schauen wir uns das Ganze mal an. Wo ist Kimi? Ach, ich glaube, die ist runtergefallen. Okay, Musik ist auch okay. Musik finde ich gar nicht so schlecht. Hört sich gut an. Okay, da hätte ich wahrscheinlich... Okay, hier, dann muss ich hier durch. Okay, alles klar. Wieder Checkpoint erreicht. Perfekt, da haben wir Ghost Rose. Das sieht gut aus, ne? Ghost Rose, das sieht wirklich gut aus. Das macht die Kimi da hin, die kämpft. Die wieder runtergefallen. Da ist sie gefallen. Oh, ey, zu witzig. Und wieder Checkpoint erreicht. Sehr gut, da oben haben wir Sonic Boom mit einem Baby. Sonic Boom hat doch mehrere eigentlich, ne? Ich glaube, Sonic Boom hatte mehrere. Zwei, glaube ich. Ich weiß es jetzt nicht genau. Aber die Charakter-Designs sehen auf jeden Fall sehr, sehr nice aus. So, wir gucken mal von hier aus, was Kimi da macht. Kimi kämpft, joa. Kimi kämpft auf jeden Fall. Finde ich gut. Man muss bedenken, Kimi spielt auf... Ah gut, Kimi hat Checkpoint erreicht. Perfekt. So, jetzt nehmen wir... Macht sie jetzt schlau und springt. Die macht jetzt schlau und springt drüber, ne? Jetzt wolltest du sie den genau nehmen, wie ich nehme. Ah, jetzt hat sie das Richtige. Sehr gut. Okay, wieder Checkpoint erreicht. Man muss dazu sagen, Kimi spielt auf Handy. Okay, jetzt müssen wir hier hoch. Ja, das sieht auch noch einfach aus. So, da haben wir Magna Charge. So als Lego. Ah, okay, da haben wir auch so Lego-Platten. Also passt das auf jeden Fall. Haben wir noch irgendwas im Himmel? Leider nicht. Okay. Muss aber sagen, auch mit der Musik so ein bisschen. Ne, gefällt mir das. Das ist ja fast so wie Squid Game. Was? Warum am Anfang? What? Warum am Anfang? Was da... Was? Habe ich nicht verstanden jetzt. Habe ich jetzt nicht verstanden. Aber egal, komm, versuchen wir nochmal. Wo ist Kimi? Die ist bestimmt schon weiter als ich, ne? So, hier konnte man, glaube ich, durch. Und dann hier durch, ne? Genau, perfekt. Ey, ey, geh da hoch. Ich hoffe, die musste nicht auch den Anfang machen. Ach, da vorne ist es okay. Hab sie gesehen? Aber warum ich wieder von neu machen musste, das habe ich wirklich nicht verstanden. Ei. So. Versuch mal. Okay, das ist Quatsch. Okay, jetzt hat er auch gespeichert. Okay, der Gelbe ist es okay. Kimi hat es rausgefunden. Und dann? Und dann? Der Blaue ist es nicht. Dann der Rote. Ja, der Rote ist es. Komm hierhin, Kind. Der Rote ist es. Und dann ist es der Blaue. Ja! Wusste ich doch, war doch einfach. Okay, wir schauen mal. Oh, jetzt wird es schwer. Ich glaube, jetzt wird es kritisch. Ja, jetzt wird es kritisch. Warte mal, wir versuchen das mal von außen. Warte mal. Guck mal hier. Von außen ist es einfach. Ja, von außen. Genau. Ja, ist doch einfach. Genau, super. Ah, das konnte ich... Oh, nein, ey. Da war ich schon am Kämpfen bei der Maus, ey. Bei dem Maus-Spiel habe ich da schon gekämpft, ey. Oh, Gott. Egal, komm, let's go. Schaffen wir, komm. Komm. Gut. Gut. Oh, mein... Ich jump mal einen rein. Ja! Ich habe es geschafft. Ich glaube, Kimi wird ein bisschen kämpfen. Oh, was ist denn hier los? Steh auf, Junge! Okay. Denk mal, Kimi wird jetzt da ein bisschen kämpfen. Wir laufen schon mal im Labyrinth vor. Obwohl, wir könnten eigentlich auf Kimi warten, ne? Komm, wir warten auf Kimi. Besser ist das. Hat sie geschafft? Hat sie geschafft! Jawohl! Sehr schön. Sehr gut. Okay. Jetzt ab ins Labyrinth, Kind. Komm, wir gucken mal. Dürfen wir die Platten berühren? Das dürfen wir alles berühren. Ist kein Problem. Okay, hier geht es nicht lang. Äh, ich glaube hier. Ja, hier geht es lang. Okay, komm mal mit. Wo bist du? Hier, komm mit. Genau. Zack, perfekt. Warte, war doch auch noch irgendwo da oben. Sepp, haben wir uns gerade... Da, Wrecking Ball. Okay. Noch ein paar Skyliner hier auf jeden Fall anschauen. Auf entspannt, da. Wrecking Ball sieht sehr, sehr nice aus. Gefällt mir. So. Wir haben gewonnen. Nur für süße Tiere. Congratulations. You won. Thank you. Nur für süße Tiere. Okay, kriegen wir jetzt hier was? Bitte spenden. Robux. Ich spende jetzt hier nichts. Okay. Was ist das hier? Speed? Nochmal Speed. Oh Gott. Wow, 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 wow. Ey! Oh Gott, was ist denn jetzt passiert? Oh nein! Oh Gott, ich komme hier nie wieder raus. Das war's. Ey, das war's. Ich... Oh Gott. Oh Gott. Na, ich habe es doch geschafft. Oh nein. Oh nein. Warte mal, hier war's. Ne, genau, warte mal. So, 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 so. Warte hier rüber. Ja, ja, hier warte. Da, genau, ja. Oh mein, oh mein. Oh. Mein Gott. Okay, ich bin wieder normal. Perfekt. So, jetzt gehen wir nochmal hoch hier. So, okay. Nur für Spieler. Ja, wir gehen da jetzt bei Spieler mal ein. Komm, let's go. Aber. Nur für süße Tiere. Ich verstehe das nicht. Okay, bin drin. Ach so, einfach nur... Einfach nur so. Nur einfach nur so. Okay, einfach nur so ein Trampolin. Please don't throw your heads. Use the head remover. Okay. Ja, wir haben es geschafft. Paint yourself. Aha. Okay. Was ist das? Ah, hier können wir wieder abwaschen, oder? Ne, hier können wir auf jeden Fall baden eine Runde. Ja, cool. Okay. Das muss ich sagen, war angenehm zu spielen, muss ich sagen. War jetzt nicht schlecht. Sah gut aus. Schöne, schöne kleine Challenge hier, muss ich sagen. Das war sehr nice. Aber eins habe ich noch. Let's go. So, Freunde. Skylanders Alpha 0.009. So sieht das Ganze aus. So. Äh, ich bin hier nur ganz kurz rein, hab das hier gesehen, dachte so, okay, sieht interessant aus. Wir schauen mal, was passiert. Also, äh, hier ist Master... Muss ich da draufklicken? Ah. Greetings, Portal Master. I am Master Ion. Oh, da unten. Where am I? Wo bin ich? This is Skylands. Well, at least what's left of it. Okay. Was noch davon übrig geblieben ist. Äh, warum? Was ist passiert? Chaos has returned and unleashed darkness over. Okay. Chaos ist zurückgekommen und hat, äh, ja, die Dunkelheit wieder zurückgebracht. Okay. Kann ich irgendwie den Skylanders helfen? Äh, choose a Skylander and grab their gear. Then find, äh, Chaos and defeat him. Hurry, we're running out of time. Okay. Wir müssen uns jetzt die Fähigkeit eines der Skylander hier nehmen und dann müssen wir, ja, Chaos besiegen. Alles klar. Okay. Wir haben hier Whirlwind. Das ist Zap. Gilgrunt, Cinder, Popfit, Spyro. Ich würde sagen, ich nehme mal... Ich nehme... Wie kann ich das nehmen? Ach, da unten habe ich jetzt eins. Okay. Und ich würde sagen, ich nehme auch das auch mit. Hier kann ich das auch hier nehmen? Zwei. Okay. Perfekt. So. Dann haben wir hier Feuerbälle zum Schmeißen und, äh, Tränke von Popfitz. Hakt oder backt aber ein bisschen, aber ja, es tut es. Okay. Dann? Ah, hier müssen wir lang. Okay, dann let's go. Dann schauen wir uns das Ganze nochmal hier an. Ey, warum bin ich kopflos? Warum habe ich keinen Kopf mehr? Aber egal. Okay. Let's go. So. Also hier ist auf jeden Fall keine Musik. Okay, was ist das hier? Ich habe keine Ahnung, was das hier ist. Ey, sehr, sehr seltsam. Okay, wir laufen einfach mal weiter. Auch sehr, sehr dunkel, muss ich sagen. Aber... Ja, ich erkenne es noch so halb. So, das konnte jetzt auch, glaube ich, nichts. Was ist das hier? Was ist da? Was ist da drüben? Ist da drüben? Da ist Chaos. Da ist Chaos. Da ist Chaos. Der spawnt immer wieder, okay? Und der läuft aber immer wieder nach unten, als ob der sich umbringt. Okay, let's go. Wo ist Chaos? Da ist Chaos. Oh Gott, der gre... Ey! Oh, der rastet aber aus, der Chaos. Der kommt, wir nehmen mal die Fähigkeit von Gil-Grant, hier den Speer. Ja, Pune. Ey, Karamba, ey. Ich nehme einfach mal von jedem einen mit. So, komm, jetzt nochmal hin da. Ey, was war denn da los? Okay, Chaos macht aber extremes Auge. Habt ihr das gesehen? Also Chaos greift uns auch immer die ganze Zeit an. Leckt so hart, ne? Boah. Boah, ich glaube wegen dem Feuer, ne? Okay, warte mal. Oh, 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 oh. Der ist viel zu schnell. Der ist viel zu schnell. Den kriegst du gar nicht kaputt. Der ist viel zu schnell. Der ist viel zu schnell. Den kriegst du nicht kaputt. Der leckt viel zu viel. Boah, guck mal, er ist leckt. Du kannst es nicht spielen. Du kannst es nicht spielen. Jetzt habe ich keine Waffe mehr. Der sagt, ich soll irgendwas drücken um Spikes, aber es geht ja nicht. Der ist ja auch eine Alpha, ne? Okay, wisst ihr, was wir machen? Wir lassen Chaos mal alleine. Wir laufen jetzt einfach mal ein Stück weiter. Wir sollen lassen Chaos mal alleine da rumschreien. Mir ist das egal. Wir laufen einfach mal weiter. Mal gucken, was passiert. Vielleicht können wir Chaos ja auch noch gar nicht besiegen. Wir können von hinten anscheinend auch nochmal nach Chaos. So wie es ausschaut. Ja, genau. Es gibt nochmal einen anderen Weg nach Chaos. Wo ist der denn jetzt? Okay, der greift immer genau da an, wo ich gerade bin. Okay, der... Und wenn er da sowieso runterfällt und wenn wir den doch kaputt machen sollten, spawnt er sowieso wieder nach. Schauen wir uns lieber nochmal... Ach, jetzt bin ich... Ach, jetzt bin ich einmal im Kreis gelaufen. Ah, ich bin Ion und ich bin auch dabei. So, Skylands Battlegrounds. Wir schauen mal. Welcome, Kajit. How may I assist you? What's down there? How do I rank up? Why are you human? Okay, ich glaube, ich brauche keine Hilfe. Na, ich denke jetzt erstmal nicht, ne? Ich denke mal, das ist ein Gegeneinander, kann ich mir vorstellen. Dass ich hier kämpfen muss, so gefühlt. Ich frage mich gerade... Okay. Alter, was ist das? Handel? Was war ich denn mit einer Handel? Und einem Schwert? Ach, kann ich mit dem Schwert jetzt irgendwie angreifen oder so? Ach, da unten ist die Kimi. Was macht die denn da unten? Die ist bestimmt schon im Fight, ne? Die ist bestimmt schon am Kämpfen da unten. Die wartet schon auf mich. Komm, wir schauen mal. Okay. Du willst es so, Kind? Na, komm mal her. Bam. Bam, bam. Oh. Ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Die Idee dahinter ist ja gleich ganz nett, aber ja. Man hätte vielleicht nur das eine oder andere mehr machen können. Okay, Freunde, das war's für heute. Vielen, vielen Dank an alle, die dabei waren. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Das Beste war das Obby-Game, wo man halt den Hindernisparcours machen musste. Das war cool. Das sah auch sehr, sehr nice aus. In dem Sinne, Freunde, alles Gute. Habt einen schönen Tag. Und vergesst die Bewertung nicht. Bis zum nächsten Mal. Euer Whitey. Ciao, ciao. So, ja. MUZIEK. Vielen Dank.